Die beste Zeit habt ihr selbst in der Hand. Ihr könnt aus eurem Leben das Schönste machen. Versucht ein Leben zu kreieren, in dem ihr schlafen gehen hofft, weil ihr so begeistert seid vom Leben. Also traut euch, das Mädchen um ein Däck zu bitten. Das gilt es, eine Abrede zu halten. Reist in ein fremdes Lass. Verwirft dich an den Träumen und träumt dich davon. Steht euch selbst nicht im Weg. Und irgendwann, wenn wir zu all der Zeit über den Weg laufen, dann erzählt mir, dass ihr es geschafft habt. Lasst uns nicht aus dem Weg gehen. Erzählt mir, wie euer Tag war und ladet mich zu eurer Hauptzeit ein. Vielen Dank. Tschüss. 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.